moin moin meine freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video ja heute machen wir ein kurzes knackiges video es werden auf diesem kanal einige änderungen jetzt die nächsten wochen hier auf dem kanal passieren so das heißt diese änderungen sind halt so dass es einen separaten live geben wird separaten das rede ich ja nicht welche aber separaten youtube live kanal und auch ein separaten gameplay kanal nur darauf ausgelegt für gameplays überhaupt für spiele videos erst die kinder serien intros werden umziehen es wird alles besser separiert und kategorisiert ja die leute die meinen meinen kanal hier den großen hauptkanal gerne folgen sie können sie das gerne tun aber hier wird nicht mehr so viel zu sehen sein nur eigentlich so was ihr sehen sollt und das war's ja liegt daran dass ich weiterhin die enge getrieben werde und ja nicht nur in die enge getrieben ich werde hier auch keine genauen details angeben das sind einfach gründe die zugrunde liegen die mich leider dazu bringen werden mich so zu handeln ich möchte das nicht mehr ich habe das jetzt mehrfach gesagt stattdessen werden noch andere dinge mehr angesetzt oder angedichtet damit ist jetzt feierabend das habe ich gesagt und dementsprechend wird man hier auch nicht mehr so viel zu sehen kriegen also das werden ja auch teils auch tik tok sein die ich hier hochladen werde so kleine shorts oder sowas ich lasse mich hier von niemanden unter druck setzen oder irgendwie weiter eine enge treiben so das heißt es werden auch nicht alle von mal von den neuen sachen was wissen so das heißt auch das ist in der hinsicht auch andere sachen geben wird noch von daher es bleibt mir jedenfalls nicht anderes und ja diverse leute werden mich auch nicht mehr finden das habe ich gesagt es wird separaten gameplay kanal geben ein separaten the lives so das heißt ich werde jetzt hier auch umbauen heute und ab dem heutigen tag an wird das auch anders werden und ja ich lasse mich von niemandem mehr in die enge treiben und niemanden das habe ich gesagt und dabei bleibe ich halt auch ich sage das ist mein leben und ich lasse mir mein leben nicht mehr nehmen das leben gehört mir und ich gehöre auch niemanden das heißt man kann mich auch nicht im besitz nehmen oder sonst irgendwas ist das egal mir wurde was gesagt dass ich was nun ist oder auch nicht und ich werde halt auch nicht mehr auf die leute hören die die mir schaden wollen oder sonstiges gar nicht mal also ich mache trotzdem ein ding und das bleibt halt oder sind ja auch eine ansage und ja auf diesem kanal hier agent hawkins wird es halt nur noch so sein dass wir talks hier laufen nur noch wo und die anderen sachen wie kanal kinder sehen intros werden auf einem separaten account landen komplett für sich sowie auch sowie halt auch die real talk live und gameplays das sind vier kategorien die ich bediene und ich werde dann auch mehr als genug zu tun haben und nicht jeder wird wissen was hier tacho ist ja auf agent hawkins tv ist mehr real talk angesagt und ja das ist meine entscheidung und das wird auch so bleiben und solange natürlich die leute hat ist natürlich erst nicht sein lassen mich zu verfolgen und was wird natürlich auf diesem kanal hier auch natürlich nichts hochgeladen also das ist ja dann nicht mehr mein problem und ja warum ich die kamera einfach aus habe heute kann ich einfach auch so sagen wie es ist weil ich habe manchmal auch tage da habe ich einfach keine lust mir irgendwie was anzuziehen oder mich schick zu machen für die kamera manchmal habe ich einfach kein bock zu möchte einfach lieber rumeiern und rumpimmeln ja muss man nicht immer verstehen ich möchte halt auch noch privat sein und ja das könnte ich halt immer nicht wie wurde das mal alles weggenommen und ich lasse mir das halt alles nicht mehr wegnehmen es ist mir auch egal wer was sagt oder auch nicht was ist meine sache es wird auch nicht jeder wissen wo ich was mache und das ist fakt und das wird jetzt auch so bleiben also ich lasse mich doch jetzt hier nicht weiter hier ein eng ich glaube es geht los ganz ehrlich heute lassen es nicht und ich kriege immer den bock verabschiede mich und sagt dann mal bis zum nächsten video bis dann